Hier haben wir einen Soletti-Vergleich. Einmal mit Salz und einmal mit Salz und Sesam. Und hier ist schon kurz, wie schaut es aus? 4,5 Gramm Salz ist normalerweise drin in Salzstangen. Haben wir hier 4,5 und mit Sesam Heureka ebenfalls 4,5 auf 100 Gramm. Macht keinen Unterschied, wie wir sie nehmen. Die sollen ja schmecken besser ein bisschen, wegen dem Sesam. Da bekommt man noch etwas gratis dazu.